Hey Leute, ich komme zu einer neuen Folge auf meinem Kanal mit dabei sind Kaimak2 und Mr.Aids und ich würde sowas eher Tessels de Rode nennen, aber wir nennen es mal so wie du willst. Ähm, wir zocken noch mit Ultima Chicken Horse auf der Map... URWAIT URWAIT, danke dir. Oh, man muss nach links. Nein, ich hab vergessen zu springen. Findest du gezielt gefährdet. Oh nein. So knapp. Die hat zu viel. Er muss oben rechts in die Ecke gehen. Das ist die das Versteckende. Ich dachte, wir schneller. Schrei mal nicht so. Meist nicht mal mit dem Projekt, anderthalb Meter weg. Das bedarf lustig. Hallo. Oh Gott. Ich hab mich nicht mehr weg. Ich müsste eh, du musst da oben rechts hin. Jetzt auch oben rechts hin. Nein, wo springt der hin? Die ist ja doch alle bescheuert. Ah! Kennt ihr nicht das Geheimnis? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber Mister-Eight hat den kurkischen ausgelöst, als ich genau da drunter stand. Der wurde nur so... Nein, witzig ins Knie, Mister-Eight. Ach, das sind zwei Portale. Oh Gott! Ich hab mich selber umgebracht. Ich hab mich die Sterne! Nein! Der Wichser berript das! Hau zu, der Rit-Boy! Du hunderschön! Also, Mister-Eight hat das einfach überlebt. Du bist trotzdem so gezielt gefährdet, Alter. Wie blöd muss man sein! So wie Mister-Eight hat das. Ey, was ist denn... Man kann den Stein ja jetzt richtig outflänen. Ich dachte grad echt, ich könnte ihn outflänen. Also mir nicht funktioniert. Geh ich einfach jedes Mal rum rum, danke. Ja, ich hab's geschafft! Geh nicht! Ja klar! Nee, komm doch nicht lang! Ja, du bist da jetzt! Du schreckst, ich hab nichts da! Ja, viel Spaß, Leute! Mister-Eight, jetzt kipp auf! Mister-Eight! Ja! Solo für mich! Nein! Die, die, die... Die, die, die... Die, die, die... Die, die, die... Oh... Ganz ehrlich, wo springt Kai immer runter? das portal kann man wegen... ah doch das hätte ich sogar benutzen können das ist ein Fall am Anfang so quergeflogen und bis dahin zu benutzen Magen wieso gewinnt dann wieso gewinnt denn nur bei uns so dämlich du bist du nur für du schüttst doch nur so können als den Punkt ich werde mal probiere es gehen es geht in der Leyen Bündnis gehen mit so einem Kanzler wenn du es nicht machst ich will wohl nicht. Muss ich gehen? Ja. Das kann es gehen sonst. Ich bin einfach nur safe. Von die Münze ich mir auch noch. Oh ne. Wir holen die ganze Direxarbeit und Kai. Der Kerl hört sich aus. Ja, da muss er jetzt auf ihn noch so runterkicken. Das ist halt so dumm, dass er deshalb gewinnt. Er hat einfach nichts hier runter gemacht, außer gewartet. Ja. Das ist halt zu dem nicht. Oh ne. Oh ne. Ein Loot. Check. Bro. Oh Gott. Nein. Wie zum Stimmen nur mal wegen? Oh ja! Ja, für mich. Oh, wieso für dich immer? Ja, jetzt habe ich wenigstens alle Maps. Ist doch gut. ich finde es nicht so schön. Nein, spring runter! Tu's, bitte! Müsste Ales, tu's für die Aufnahme! Müsste Ales, tu's für mich! Wuhu, 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 wuhu! Tu's für die Aufnahme! Das für mich! Die einen, mit mir drin nach vorne! Gegen den anderen auch! Oh, zu springen! Oh, witzig! Weil Kai jetzt ist echt, also, zu Ales ist das normal. Allein weil Kai jetzt immer campt. Kann doch hier stehen, ne? Die Treffier-Hunde-Song. Oh Gott! Stöp' einfach! Das ist halt schon wieder so unnötig. Wieso? Und weil ich den Weg gegangen bin? Weil ich schon wieder keinen Skill bewegen hab, ganz ehrlich. Hey, du bist auch nicht hingegangen! Ich hab echt gestorben mit dem Weg! Komm! 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 Ich hab's verdient! Ich hoffe, dass Kai der Nächster ist! Ich bin mir so unverdient wiedergewinnt. Ich bin so unverdient, nur weil du es nicht ganz. Klar, Kai. Du fährst schon mal runterfahren. Das könnte man jetzt eigentlich voll als Falle bauen. Das ist irgendwie... Alter. Nein, da wollte ich es nicht hinhaben. Ups, ich bin im Ziel. Junge, das Portal funktioniert nicht. Zeit. Der liegt da unten im Dreck. Ach, Kai, der hätte es gleich los. Da ist das, was du holst. Ach, du fühlst mich schon wieder an. Wie allein sah, Alter. Oh. Ich mach mal kurz Finn hinzu. Warte mal kurz. Warte mal kurz. da ist mich nicht tot ich hab's geschafft wir haben bei war noch viele genaten von ganz vielen so ich nehm nur kurz die runde und schicken was auf dann können wir gerne wir entscheiden dann gleich will man snipen also ich würde am liebsten ich würde am liebsten nur lia snipen muss ich sagen ja ich glaube das allein ne ne das ist da einfach allein ich will die rennhocks oder alias snipen ich will die alias nehmen oh gott er hat gewonnen alleine du schon mal bist ich snipe ich alias und was ist ich will egal ok gut das war's von meiner vorerst like und dann shopper ich will tschö bis zu mir mal tell me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's fake